So, also nochmal kurz, willkommen zur 14. Vorlesung. Wir sind bei der Adressierung angelangt und genau, ausführlich bin ich eingestiegen, dass die Adressierung der Schichten voneinander unabhängig ist. Okay, bei der T-Schicht also 32 Bit oder AlpDV6 hat 128 Bit und das benennt die Host-IDs, damit eben diese Multi-Hop-Kommunikation realisiert werden kann. Okay, was ist das Ziel der MAC-Adresse? Das Ziel der MAC-Adresse ist, in einem gemeinsam geteilten Medium, das kann jetzt eben, sagen wir mal, das ist die Luftschnittstelle und da gibt es mehrere potenzielle Empfänger, dass die Nachricht dem einen ausgewählten Empfänger in dieser Einhop-Nachbarschaft, in diesem geteilten Medium zugesendet wird. Das heißt, die Adresse bezieht sich immer auf den Netzwerkadapter oder Netzwerkkarte im selben Netzwerk. Es ist nur regional relevant, also nur in diesem kleinen Medium. Also das größte ist vielleicht die Luftschnittstelle, wo wir jetzt zu 20 sind oder 25 und übers Internet hinaus hat es keine Relevanz. Früher war das hartgecodet, irgendwie festgebrannt, irgendwie unveränderlich in der Netzwerkkarte eingeschrieben. Mittlerweile kann man sie ändern, hat Vor- und Nachteile. Das Wichtige ist, dass es eben nur regional gültig sein muss. Okay, schauen wir uns nochmal das Beispiel an und was es mit diesem ARP zu tun hat, was das denn sein soll. Hier haben wir nochmal so ein Netzwerk gegeben mit einem gemeinsamen Medium. Also das heißt, es hängt so ein Bussystem und da hängen vier Netzwerkadapter dran mit ihrer eigenen individuellen MAC-Adresse. Zusätzlich gibt es noch eine vordefinierte Adresse, die aus lauter Fs besteht, also eine volle 48-Bit-lange Einserfolge. So, und jetzt ist der Grundgetanke, wenn jetzt ein Knoten 88-B2 auf der Sicherungsschicht eine Nachricht schicken will, an 5C66, dann setzt er den Empfänger in den Header der Nachricht auf der Sicherungsschicht ein und schickt es los. Was geschieht dann mit der Nachricht, das ist ein geteiltes Medium, welcher Knoten erhält es. Das Paket enthält jetzt jeder Empfänger und jeder Empfänger prüft jetzt, ob die Nachricht dann ihnen adressiert ist. Und wenn ja, dann wird es an die nächsthöhere Schicht, also IP-Schicht, meistens weitergeleitet. Das kann man ja auch nicht verhindern, dass jeder Empfänger das bekommt, also jeder potenzielle Empfänger, jedes Mitglied in diesem Netzwerk, weil es ja ein geteiltes Medium ist. Und wenn ich die Nachricht so abschicke und es ein geteiltes Medium ist, dann ist es physikalisch einfach so, dass jeder die Nachricht bekommt. Der Filter wird dann eben in der Netzwerkkarte, in der Sicherungsschicht durchgeführt, ob es hochgereicht werden soll an die höhere Schicht oder nicht. Okay, wie kommt man an diese, jetzt springen wir ein bisschen hin und her, wie kommen wir an die MAC-Adresse? Die MAC-Adressen werden von der IEEE Standardization, von der Organisation vergeben. Und das ist, wie häufig eben, wenn so ein Pool an Adressen zur Verfügung steht, ist dann wieder so eine hierarchische Organisation, die man darauf versucht anzuwenden. Das heißt, die Adressräume werden in diesem Fall zu Herstellern zugeordnet. Sehr ähnlich wie bei den Net-IDs, die dann an verschiedene große Autonomous Systems zugeordnet werden können, ist es hier ebenfalls so. Also kleine Hersteller kriegen eben einen kleinen Adressbereich und große können sich mehr holen und die internen teilen sich das dann meistens auch nochmal hierarchisch auf. Also wenn wir irgendeinen Netzwerkkartenhersteller haben, der auch noch andere Geräte herstellt oder anders, wenn wir jetzt einen Netzwerkkartenhersteller haben, der aber auch vernetzte Drucker und Scanner und was auch immer herstellt, dann sind die MAC-Adressen meist auch produkttypisch kategorisiert. Also wir haben wieder diese hierarchische Struktur. Und diese MAC-Adresse bleibt Ihnen dann immer erhalten. Also das Gerät und die Netzwerkkarte hat immer diese Netzwerkkadresse, also die MAC-Adresse im normalen Umfeld. Die Zuordnung zu der IP-Adresse, die ändert sich häufig. Das Einfachste ist, wenn ich jetzt mit dem Notebook mit seiner festen MAC-Adresse mich irgendwo einlogge, kriege ich per DHCP eine neue IP-Adresse. Und wenn ich mich woanders einlogge, dann ändert sich die IP-Adresse. Also die IP-Adresse ändert sich häufig. Die MAC-Adresse sollte immer gleich bleiben, wenn Sie das jetzt nicht manuell selber ändern. Was ist der Vorteil? Dieser Adressraum, der ist zwar irgendwie hierarchisch strukturiert, aber letztlich ist es egal. Also der Hersteller, der diesen Adressbereich bekommt, kann doch möglichst wild daraus vergeben. Das ist möglich, hat keine technischen Vor- und Nachteile. Nur, dass es vielleicht leichter zu lesen ist und man eher herauslesen kann, zu welcher Gerätelkategorie das gehört. Das ist aber für die Technik und für das Routing eigentlich egal. Das heißt, der Adressraum ist in der Vergabe von dem einzelnen Hersteller eigentlich egal, wie er die. Ziemlich flach, also er muss da nicht noch groß die MAC-Adressen aggregierbar halten oder ähnliches. Das heißt, man kann die überall einsetzen. Es muss nur regional gültig sein. Bei dem IP-Netzwerk war es sehr wichtig, dass es ziemlich hierarchisch ist, damit man eben noch Adressbereiche und Net-IDs aggregieren kann. Damit ich nach oben melden kann, ich verwalte jetzt die Adressen für diese verschiedenen Teilnetze. Und das soll möglichst wenig Information sein, die in der Routing-Tabelle drinsteht. Also je besser man die Adressbereiche bei IP aggregieren konnte, desto kleiner waren die Routing-Tabellen, desto schneller konnten sie bearbeitet werden. Also da war es wichtig, möglichst aggregieren zu können, unter der Einschränkung des IP-Adressen nicht hin- und hergetauscht oder woanders in Netzen eingesetzt werden konnte. Okay. Schauen wir uns das also mal an. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt also von der oberen Schicht von Layer 3 ein Paket bekommen und da steht drin, bitte zuordnen an den Next-Hop. Also das ist jetzt der Knoten A. Ich weiß nicht, ob Sie das lesen können. Das ist der Knoten B. Naja. Und das geht eben irgendwie weiter. Also hier kommen noch weitere Hops bis zum Empfänger. Also von Source to Destination. So. Und jetzt sind wir bei dieser Ein-Hop-Problematik. Tja, und der Knoten A hat sich jetzt entschieden, als Next-Hop für das Paket die Nachricht eben an B zu schicken, seinen direkten Nachbarn. In der Routing-Tabelle von A steht ja drin, Next-Hop für das Paket ist jetzt IP-Adresse B. So, jetzt müssen wir aber wissen, wie ist denn, also wie übertragen wir das? Ja, es kann ja sein, dass hier irgendwie WLAN dazwischen ist und hier gibt es potenziell sehr viele Empfänger. Und wir müssen in diesem geteilten, potenziell geteilten Medium eben erkennen, von hier ausgehend, dass das der Knoten B ist mit der IP-Adresse. Und jetzt brauchen Sie eine Übersetzung, die erlaubt, zu einer gegebenen IP-Adresse, wenn Sie die kennen, die zugehörige MAC-Adresse zu finden. Ja, also hier nochmal das Beispiel. Das ist der Knoten A, das ist der Knoten B, sagen wir mal. Und A möchte jetzt den Next-Hop seines Datenpakets eben an B senden. Jetzt kann er zwar in der Sicherungsschicht, in dem Header, als Empfänger stehen nur MAC-Adressen, da stehen jetzt keine IP-Adressen. Ja, also A kann jetzt nicht schreiben, bitte der Empfänger der Nachricht in diesem geteilten Medium soll die IP-Adresse B halten. Warum ist das so? Warum kann A nur an eine MAC-Adresse senden? Weil wir wieder diese Unabhängigkeit der Schichten voneinander haben wollen. Also würde drinstehen, dass der IP-Adresse Empfänger B, also das wären ja in diesem Fall 32 Bit, sagen wir mal, B wäre, dann könnte man nicht IPv6 einführen, weil sonst müsste man noch die Sicherungsschicht nochmal updaten. Ja, also wenn man hart codieren würde, der Empfänger dieser Ein-Hop-Kommunikation ist B und ich trage in meine Nachricht die 32 Bit der IPv4-Adresse ein, dann ist es ja so spezifiziert, dann wird es dann, ich will jetzt nicht sagen in einer Ewigkeit so gemacht, aber jedenfalls die Netzwerkkarte wird es dann so machen, bis ich die Netzwerkkarte austausche. Und wenn mein Knoten B 128 Bit plötzlich verwendet, dann wird es nicht mehr unterstützt. Das heißt, was ich eigentlich brauche, ist, ich bekomme irgendeine IP-Adresse, ob 32 oder 128 Bit, und ich muss es jetzt lokal mappen in meine Ein-Hop-Nachbarschaft und herausfinden, wie ist denn zu dieser 32 oder 128 Bit-Adresse die zugehörige MAC-Adresse. Damit ich eben unabhängig bin von der Schicht und die Netzwerkschicht ausgepauscht werden kann gegen eine andere und mein Sicherungsschicht immer noch funktioniert. Okay, und dieses Mapping von IP-Adresse zu MAC-Adresse geschieht eben über das Address-Resolution-Protokoll. Okay, was sind da so die Nebenkomponenten, die es da so gibt? Jeder Knoten hat eine Übersetzungstabelle, in der drinstehen hat IP-Adresse und MAC-Adresse, wie ist da der Zusammenhang. Also B beginnt mit 1A und so weiter. Das wollen wir letztlich herausfinden, sodass, wenn das Paket auf Knoten A die Entscheidung bekommt, dass der Routing-Schicht Next Hop ist Knoten B, dann schaut der Knoten A in seinen ARP-Cache und findet die Zuordnung, wie ist denn jetzt die physikalische, also nicht die physikalische, sondern die MAC-Adresse, sodass die Sicherungsschicht angewiesen werden kann, diesen einen Hop durchzuführen zu dem Knoten 1A. Okay, und diese Einträge hier, die haben noch eine maximale Lebenszeit, hat einige Gründe, können wir gleich diskutieren. Und das Protokoll beschreibt, wie eben diese Einträge vorgenommen werden können, gelöscht werden können, geupdatet werden können. Haben Sie eine Idee, warum es sinnvoll ist, hier eine Lebenszeit anzufügen? Warum ist dieser Eintrag nur begrenzt gültig? Also warum ist es sinnvoll, dass der Knoten A in seinem ARP-Cache, also die Zuordnung der IP-Adresse B, auf die eigentliche MAC-Adresse nur für eine begrenzte Dauer sich merkt? Ja, dann sagen wir mal, das kriegt wir ja vielleicht noch mit, dass dann auf der IP-Ebene gibt es ja per ICMP die Rückmeldung, dass der Host fehlerhaft ist oder falscher Host oder sowas. Also, der, oder, nee, nee, nicht der falsche Host, sondern der Host nicht verfügbar. Also sagen wir mal, Knoten B ist abgestürzt, Knoten A möchte jetzt diesen einen Hop ausführen und bekommt keine Bestätigung. Dazu kommen wir noch gleich, wie das entsteht, aber jedenfalls stellt er fest, dass die Verbindung nicht mehr da ist. Also die Rückmeldung kommt schon. Ja, aber sagen wir mal, es wird schon erkannt, dass der Next Hop nicht verfügbar ist. Aber was passieren kann, ist, dass B offline geht und in derselben, und kurz danach kommt ein anderer Knoten online und bekommt per DHCP ebenfalls die IP-Adresse. Und dann wäre es halt gültig, ja, dann ist der Knoten B ja im Netz. Der Knoten A hat nur eine falsche MAC-Adresse dazu. Und kann sein, dass seine, die Information, dass er B kontaktieren soll, schon geupdatet ist, aber dadurch, dass eben in seinem A-Cash ein falscher Eintrag steht, kann er das dem Knoten B nicht zuordnen, obwohl in seinem Netz ist nur eben ein anderer, neuer Knoten. Das heißt, man muss das schon so gestalten, dass diese IP-Adress-Zuteilung sich auch aktualisieren kann und auch neue Knoten dieselben alten IP-Adressen einnehmen können. Okay, schauen wir uns das mal an. Wie möchte das, also wie, wann wird es genutzt? Hier nochmal das Beispiel. A möchte ein Datagramm an Knoten B schicken. Das sind alles IP-Adressen und das ist quasi auf der Netzwerkschicht und daher benötigt A die MAC-Adresse von B. Und A hat einen A-Cash, da steht jetzt wenig drin. Das heißt, A muss jetzt in dieses gemeint geteilte Video hineinrufen und fragen, wer von euch ist denn B und kann mir seine MAC-Adresse mitteilen. Das heißt, der Schritt, was da passiert ist, A schickt einen ARP-Query als Podcast an alle Empfänger im Netz, diesem lokal geteilten Medium und fragt, wer von euch hat denn die IP-Adresse von B. Als Empfänger wird die Podcast-Adresse angegeben und alle Empfänger bekommen jetzt die Nachricht. Und B alleine, idealerweise, wenn nur B die IP-Adresse hat, antwortet jetzt und teilt ihm seine MAC-Adresse mit. Da kann er schon direkt adressieren, weil A hat in seiner Nachricht und seiner ARP-Nachricht in diesem lokalen Medium auf dieser Sicherungsschicht seine MAC-Adresse angegeben. So, A trägt jetzt die Abbildung ein, also wohin die Adresse von B gemappt wird. Das war ja 1 A, glaube ich. Und schickt jetzt die Nachricht nicht an B, sondern an die MAC-Adresse von B. Und dann wird es eben in der Sicherungsschicht empfangen. B, also von den anderen Teilnehmern ja auch, die Nachricht. Alle prüfen sie, sind sie zuständig, also haben sie diese MAC-Adresse. Nur B bejagt das und leitet es dann an die Netzwerkschicht intern hoch. Okay, das Nette ist, das geschieht eigentlich ohne Nutzerinteraktion, also ARP-Proofed automatisch. Habe ich einen Eintrag für diese IP-Adresse, habe ich das Mapping auf eine MAC-Adresse, wenn nicht, dann wird automatisch eine Nachricht geschickt, das Paket kurz zurückgehalten. Und wenn die Antwort einkommt, dann wird die Nachricht weitergeleitet. Hier nochmal ein anderes Beispiel. Weil wir haben ja oft größere Netze. Erstmal, wie viele Netzwerke haben wir denn hier? Oder wie viele gemeinsame Medien betrachten wir denn hier? Genau, wir haben zwei Subnetze und das ist einmal genau dieser Bereich und einmal der andere Bereich hier links. So, und für beide Subnetze muss der Router hier in der Mitte, eine eigene ARP-Tabelle, ARP-Cache führen. Also einmal hier und einmal da. Das sind ja auch zwei Netzwerkkarten, also pro Netzwerkkarte wird dann letztlich so ein ARP-Cache gepflegt. Und wenn jetzt ein Datagramm von diesem Knoten hier oben an den hier unten gesendet wird, dann ist das Vorgehen wie folgt. Nehmen wir mal an, die ARP-Cache sind leer. Dann würde jetzt erst einmal ARP von der Netzwerkschicht, die den Auftrag bekommen, sende die Nachricht an. An wen denn? Also was würde denn so in der Netzwerkschicht stehen? Was ist denn der Next Hop? Wenn jetzt von A nach B gesendet werden soll. Was steht denn jetzt in der Routing-Tabelle von A? A würde mit dem Destination-Ziel B als Next Hop den Knoten R, also mit dieser 110, auswählen. Gehen wir mal durch. Also A möchte an B eine Nachricht schicken. Schaut in der IP-Weiterleitungstabelle nach. Dort steht als Next Hop die IP-Adresse der Netzwerkkarte des Routers. Also das ist hier letztlich der Next Hop, diese Netzwerkkarte. Dafür muss jetzt erst einmal A feststellen, was ist denn jetzt die MAC-Adresse zu dieser IP-Adresse. Daher wird also Address-Resolution-Protokoll verwendet, um ins gemeinsam geteilte Netz zu fluten. Wer hat denn von euch diese IP-Adresse 110? Alle, also der andere Knoten auch, bekommt jetzt diese Nachricht. Es wird ja per Podcast an FFF und so geschickt. Der Router stellt fest, dass ich bin der Zuständige für diese IP-Adresse und teilt jetzt seine MAC-Adresse direkt mit an den Knoten A. So, jetzt wo der Knoten A eben die MAC-Adresse kennt, kann der Knoten A eben an diese MAC-Adresse, also kann jetzt der Knoten A das Paket in der Sicherheitsschicht, also in der Sicherheitsschicht wird jetzt aus so einem Frame gebildet und als Next-Hop eben dieser Empfänger eingetragen. Dann wird es losgeschickt und die Netzwerkkarte, weil sie eben im MAC-Layer, also in dieser Sicherheitsschicht lauscht, bekommt im geteilten Medium die Nachricht, stellt fest, aha, ich bin der Zuständige für diese MAC-Adresse. Das heißt, jetzt wird eine Ebene hochgeleitet und eine Ebene höher wird jetzt das Data-Programm eben ausgepackt, festgestellt, aha, für das Routing muss ich jetzt die Nachricht an diesen Knoten weitersenden. Pro, also die Router haben nur eine Routing-Tabelle, ja, also das ist das Besondere. Im Vergleich zu den ARP-Caches, es gibt ARP-Caches pro Netzwerkkarte, aber nur eine pro Router, also nur eine Routing-Tabelle pro Router. So, und in der Routing-Tabelle steht eben drin, dass diese ausgehende Leitung hier genutzt werden soll und der Empfänger die 222 eben sein soll, also der Knoten B. So, jetzt kann es sein, dass der Router auch den zugehörigen MAC-Adresse nicht kennt und deshalb muss auch diese, über diese Netzwerkkarte jetzt geflutet werden. Die Nachricht, diese geflutete ARP-Query wird jetzt nur in diesem Netzwerksubnetz empfangen. Der zugehörige Knoten antwortet mit seiner MAC-Adresse und mit Wissen dieser MAC-Adresse kann jetzt der Router die Nachricht an diese, an die Netzwerkkarte mit dieser MAC-Adresse adressieren und die Nachricht kommt jetzt bei B an. Da stellt die Sicherungsschicht fest, aha, das Paket ist wirklich für mich, dann geht es eine Ebene höher. Die Routing-Schicht, also die Netzwerkschicht, stellt fest, ich bin der Empfänger der Nachricht, ich muss sie nicht weiterrufen, wird also eine Ebene höher geleitet in die Transportschicht und wird dort weiter verarbeitet. Okay, das überrascht mich auch. Okay, gibt es erstmal da zu fragen. Also, Sie müssen halt wissen, welche Aufgaben die verschiedenen Schichten haben, in welche Tabellen Sie blicken und wie dieses Mapping von IP-Adressen zur MAC-Adresse realisiert wird, in welche Subnetze das geflutet wird, um eben die Zugehörige MAC-Adresse zu einer IP-Adresse herauszufinden. Das kommt bestimmt auch mal in der Übung dran und vielleicht auch woanders. Okay. Schauen wir uns das also mal an, nachdem wir jetzt besprochen haben, welche Aufgaben die Sicherungsschicht hat. Eine große Aufgabe war ja die Fehlerkennung mit den Prüfsummen, dann mehrfach Zugriff der zweite große Aufgabe und Adressierung, das gehört irgendwie so zusammen. Das haben wir uns jetzt angeschaut und jetzt schauen wir uns mal an, wie das in der Realität realisiert wird, bevor wir zu etwas weitergehendem gehen. Okay, das geht ja nicht. Also, genau, also wo beginnt man? Das ist ja ein ganzer Themenkomplex, historisch gewachsen, initial die einfachste Verbindungsoption, Geräte zu verbinden, also daher auch so das einfachste initiale Beispiel. Sie haben Kabel, Sie verbinden Ihre Geräte damit und müssen sich dann entscheiden, wie Sie den Zugriff darauf realisieren, wie die Pakete aussehen sollen. ganz einfach gesprochen, war es die erste kabelverbundene Möglichkeit, der Geräte miteinander zu kommunizieren. Erst später kam dann die Erweiterung, das schneller zu machen oder das kabellos zu machen. Aber so die initiale, das initiale Modell sieht dann eben so aus, dass Sie ein Gerät haben, das mit quasi der Sicherungsschicht, das entscheidet, wann was gesendet werden darf und so einer Physical Layer irgendwie Zugriff nimmt auf ein geteiltes Medium. Das geteilte Medium ist hier gelb dargestellt, der Ether, also der Ether, wenn Sie das historisch einordnen wollen, war ja die Annahme, dass Licht ein Medium braucht, um sich auszubreiten, das ständig verfügbar ist und nicht richtig messbar ist. Und man nahm an, dass eben der Ether das Medium ist, in dem die Lichtwelle sich ausbreitet. Bis eben Einstein herausgefunden hat, das ist irgendwie anders. Aber letztlich, der Ether soll verdeutlichen, es gibt so ein gemeinsames Medium, über den sich Nachrichten ausbreiten. Und initial, war das eben noch als geteiltes Medium realisiert. Und dass jeder Teilnehmer hineinsenden kann und alle anderen Teilnehmer empfangen jetzt dieselben Nachrichten. Das heißt, man hatte schon geteiltes Medium, mehrfach Zugriff war nötig und man musste sich abstimmen, wie die Datenformate aussehen. Mittlerweile hat sich das weiterentwickelt, also von initialen Geschwindigkeiten. Hier nahm immer weiter zu. Das Ganze ist billig, sehr weit verbreitet und genau, auch leicht, also ja, sehr leicht zu realisieren. Es gibt schnellere Netzwerkarten, kabelgebunden, also wenn Sie an Glasfaser denken, das hat mehr Durchsatz, hat andere Nachteile, die Kabel sind schwer zu biegen und so, aber das ist also die Maze, Stream-Technologie für Netzwerke im lokalen Umfeld. Warum lokales Umfeld, also Local Area Network? Warum ist es Local Area? Also, was gibt es denn da noch? Kennen Sie irgendwelche anderen Area Networks? Genau, es gibt noch Wide Area Network, es gibt noch Metropolitan Area Network, es gibt noch Personal Area Network, es gibt noch, manche sagen noch Body Area Network, aber es beschreibt, welche Reichweite Sie ungefähr haben. Und die Landtechnologie, die geht so um, also so eine maximale Kabellänge, ist auf einige hundert Meter beschränkt, hundert, zweihundert, je nach, naja, egal, jedenfalls ist alles so in einem überschaubaren Bereich, keine Städtegröße, aber auch weit genug, um so ein lokales Umfeld, Büroalltag, zu Hause abzudecken. Wie eben dargestellt, war die Technologie lange Zeit eben eine Bus-Technologie ausgelegt, das heißt, ein gemeinsamer Datensprang, ein gemeinsames physikalisches Kabel und wenn jemand eben mit seinem Netzwerkkabel drauf sendete, dann haben alle anderen die Nachricht empfangen. Das heißt, die sind alle in einer gemeinsamen Kollisionsdomäne, wenn einer sendet, empfangen es alle anderen, wenn zwei senden, kollidieren die Daten. Heute macht man es anders, heute verwendet man sogenannte Switches, die folgende Eigenschaft haben, dass wenn eine Nachricht gesendet wird, die Kollisionsräume sich auf diese Teilbereiche beschränken. Das heißt, es gibt nur zwei Teilnehmer pro Kollisionsraum. Einmal die Switch-Anbindung und einmal das Gerät. Und wenn jetzt zwei Geräte gleichzeitig senden, dann kommt es eben nicht mehr zur Kollision, weil die Daten werden von dem Switch empfangen und eben verarbeitet, sodass eben die Signale sich nicht mehr überlagern, was bei diesem Bussystem der Fall war. Da haben sie sich wirklich physikalisch überlagert und beschädigt. Das haben wir eben nicht mehr mit den Switchen. Dazu werden wir auch ein kleines Themenfeld haben. Findet das nicht mehr statt. Dazu springen wir noch. Aber das ist das eine. Also wie erfolgt der Mehrfachzugriff? Früher musste man sich da koordinieren. Da gab es auch so Token Ring Prinzipien. Heutzutage muss man sich nicht mehr koordinieren. Also wenn Sie senden wollen, dann senden Sie, weil es kann nicht mehr zur Kollision kommen, wenn ein Switch verwendet wird. Die Technik schauen wir uns gleich nochmal an. Das Zweite, was geklärt werden muss, also vieles ist dadurch schon gelöst. Also Hauptaufgabe der Sicherungsschicht ist ja Mehrfachzugriff, Adressierung und Bitfehler und diese Datenstruktur. Adressierung hatten wir schon gehabt. 48 Bit. Mehrfachzugriff ist sehr einfach. Sie können einfach senden. Wir schauen uns an, wie die Bitfehler angegangen werden und wie das Datenformat aussieht. Bei Ethernet sieht es so aus, dass Ihr Datenformat sehr überschaubar ist. Was sind die essentiellen Sachen, die Sie enthalten müssen? Einmal die Zieladresse und die Quelladresse. Das muss einfach in jeder Schicht drin sein, wer sendet an wen, weil es historisch eben auch für den Mehrfachzugriff ausgelegt war und Sie müssen immer angeben, wen Sie adressieren und Sie müssen natürlich auch immer angeben, wer Sie sind, damit eine Antwort zugestellt werden kann. Das ist schon fast alles. Da gibt es noch ein Typ. Was ist ein Typ? Ein Typ gibt an, wie die nächsthöhere Schicht aussieht. Wenn Sie auf der Sicherungsschicht ein Paket bekommen und Sie mehrere Netzwerkschichten zur Auswahl haben, an die es weitergeleitet werden kann, steht da drin, an welche Netzwerkschicht es zugesendet werden soll. Dann haben Sie am Ende einen Cyclic Redensity Check über den gesamten Datenteil, was Ihnen hilft, zu erkennen, ob Bitfehler auftragen. und das Einzige, was hier besonders noch hinzukommt, ist, dass Sie ein Cremble haben. Und das sieht so aus, dass Sie sieben Bytes mit so einer 101010-Folge haben und ein achtes Byte, das so aussieht. Das ist schon komisch. Warum ist das so? Warum sendet man diese Bit-Folge? Das wird gesendet, damit der Empfänger jetzt weiß, jetzt kommt ein Ethernet-Paket. Also die ersten 8 Bytes sind quasi verschwendet, aber die helfen, zu synchronisieren damit genau. Der Empfänger weiß, wie lange, also dass jetzt eben ein Ethernet-Paket kommt. Und wann ist es zu Ende? Also früher hatten wir sonst eine Längenangabe. Das ist jetzt aber nicht da, sondern es gibt eine Ruheperiode von 9,6 Mikrosekunden. Das ist schon ein bisschen sonderbar. Ist aber so. Weil Sie jetzt eben mit der physikalischen Schicht so eng verbunden sind, dass Sie nicht mehr nur in Bits angeben können, wie lange es dauert, sondern quasi das Ethernet-Paket beliebig lang halten können. Dafür aber signalisiert durch eine Pause angeben können, dass es jetzt zu Ende ist. Es hängt auch damit zusammen, wann das erstellt wurde. Also es ist alles ein bisschen historisch rückblickend zu beurteilen. Also wenn Sie früher wirklich ein langsames Ethernet hatten mit so einer Businfrastruktur, dann war das halt ein Zeichen, wenn Stille ist, dass die Übertragung des vorherigen beendet wurde. Das ist ja auch ein eindeutiges Zeichen. Das konnte man machen und das hat sich dann auch historisch so weitergeführt. Okay. Wie sehen die Adressen aus? Diese haben 48 Bit. Wir haben die Broadcast-Adresse und jedes Mal, wenn eine Nachricht erhalten wird, wird eben geprüft, ist es meine eigene Adresse oder ist es die Broadcast-Adresse. Wenn ja, dann schicke ich sie in die nächste Schicht und wenn es eben nicht für mich oder für alle adressiert war, sondern an niemand anders, dann schmeiße ich es weg. Es werden viele Rahmen verworfen. Dann hier haben wir nochmal den Typ oder beziehungsweise wenn wir schon vom Verwerfen sprechen, es wird mit dem Cyclic Renance die Check-of-Bit-Fehler überprüft. Wenn da rauskommt, dass da ein Fehler vorlag, dann schmeißen wir es weg. Toll. Sehr einfach zu lösen, sehr einfach zu realisieren. Es wird nicht versucht, den Bit-Fehler zu korrigieren, sondern man wirft ihn einfach weg. So, nochmal zu dem Typ. Da geht es ja darum, wer der Adressat dieser Nachricht ist. Wenn alle Werte ab dieser Bit-Folge sind valide, der Wert 600 signalisiert, dass es relevant ist für Ethernet, also es ist eine Ethernet-internes, Ethernet-interne Nachricht, zum Beispiel eben so ein App, Request, ihr App-Query, und wenn es eben nicht intern verarbeitet werden soll, sondern ein IP-Paket ist, dann ist das eben 0800. Das gibt an, das soll an die IP-Schicht weitergeleitet werden. So hält man sich die Chancen offen, weitere potenzielle Empfänger und potenzielle Protokolle als höher gelegene Schicht zu adressieren. Früher gab es auch noch andere Netzwerk-Protokolle, die aktiv waren. Okay. Also was ist das Ziel? Das Ziel, was Ethernet bereitstellt, ist unzuverlässig. Sie haben keine Garantie, dass die Nachrichten an die nächste Schicht zugestellt werden. Es kann ja sein, dass die Pakete verworfen werden, wenn die Prüfung fehlerhaft ist. Es ist ein verbindungsloser Dienst. Sie können Pakete sofort losschicken. Sie müssen nicht erst das ankündigen und für Sicherheitsgarantien irgendwelche Abstimmungen vornehmen. Und wenn, okay, das heißt, bis hierhin, also ein ganz unzuverlässiger Dienst, mit der Ausnahme, also wegen Bitfehler, wird es verworfen. Aber, wenn Kollisionen stattfinden, dann wird es doch übertragen. Also, Sie müssen irgendwie unterscheiden. Wir sind ja bei dieser Einhobkommunikation. Und, wenn in der physikalischen Schicht es eben zu einer Kollision kam und unser Collision Detection stellt das fest, dann wird das Paket erneut gesendet. Wenn aber es keine Kollision gab und das Paket ankommt, es aber Bitfehler gab, dann wird es verworfen. Warum ist das so? Naja, das ist irgendwie so eine einfache Abfrage. Sie können auf der einen Seite, also, das ist wirklich so ein if-then, also, wenn Kollision Detection einen Fehler ergibt, dann erneut senden und wenn es einen Bitfehler gab, dann nicht. Also, es ist die Herkunft der Fehler, entscheidet darüber, ob es neu gesendet wird oder nicht. Der Grund ist, dass die Bitfehler beim Empfänger erkannt werden und Collision Detection beim Sender. Ja, der Sender kann eben erkennen, ja, da fangen wir Kollisionen statt, ich kann es erneut senden. Wenn der Bitfehler beim Empfänger erkannt wird, dann müsste er zurückmelden, dass es einen Bitfehler gab, damit sie erneut gesendet werden kann. Und dann, muss man sich einen komplexen Zustandsgrafen überlegen, wie oft man das zurückmeldet. Es kann ja auch sein, dass die Rückmeldung dann wiederum einen Fehler erhält und dann stellt der initiale Sender fest, dass die Rückmeldung fehlerhaft war, weil die wiederum den Fehler enthält und dann muss ich zurückmelden, dem Empfänger, dass er die Rückmeldung wieder nochmal senden soll und das kann sich eben ins Unendliche hochsteigern. und dann ist es eben leichter, wenn der Sender es direkt erkennt, dass es einen Fehler gab, sendet er erneut. Wenn es der Empfänger erkennt, kann er nichts machen. Okay, schauen wir uns mal an, wie das technisch ein bisschen realisiert wird oder was da technisch passiert. Die Netzwerkkarten bekommen die Informationen, wie das Medium-Grad ist. Und das erste, was gemacht wird, ist so ein Carrier-Sense. Also ein Carrier-Sense haben wir auf der einen Seite, dass wir eben erkennen, dass das Medium frei ist und wenn es frei ist, dann können wir Daten übertragen. Wenn nicht, dann warten wir. dieses Carrier-Sensing wird erstmal durchgeführt. Wenn der Sender keine weitere Rückmeldung bekommt und es eben kein Collision-Detection anschlägt, dann wurde die Nachricht also übertragen und der Sender ist fertig. Wenn wir aber mit der Netzwerkkarte eine Kollision feststellen, dann wird die Übertragung abgebrochen. Es wird an alle nochmal rausgesendet, es gab jetzt eine Kollision. Für die, die es nicht mitbekommen haben, es kann ja sein, dass der andere Sender, der die Kollision erzeugt hat, das nicht gemerkt hat. Dann wird also explizit nochmal gesendet, sein Signal ist mit meinem kollidiert und beide sind zerstört und das wird jetzt nochmal kommuniziert. Und danach müssen sie jetzt entscheiden, es gab ja jetzt mehrere Sender, die gleichzeitig gesendet haben, wer als nächstes sendet. Und ein Ansatz, der sehr häufig gemacht wird, ist so ein Exponential Backoff. Wir haben jetzt ja mehrere Sender, die müssen sich koordinieren, wer sendet gerade als nächstes, ohne Nachrichten auszutauschen. Ja, weil Nachrichten auszutausch ist wieder fehlerbehaftet. Das heißt, was jeder Teilnehmer macht, ist erstmal zu schauen, wie viele Kollisionen hat er jetzt mitbekommen für diese Nachricht und dann aus einem Zahlenbereich zwischen 0 bis 2 hoch m minus 1 eine Zahl zu ziehen, eine Wartezeit. Und diese Zahl, die gezogen wird, korreliert mit einer echten Wartezeit. Ja, und die Wahrscheinlichkeit ist eben sehr hoch, dass die potenziellen Sender unterschiedliche Zahlen ziehen. Jetzt kann das passieren, und dann, wenn unterschiedliche Zahlen gezogen werden, sendet der erste los, in der kleinsten Zahl, und die anderen betreiben ja Carrier Sensing und stellen fest, aha, jetzt jemand sendet gerade und es kommt zu keiner Kollision. Wenn es jetzt doch zu einer Kollision käme, weil vielleicht zu viele Sender gleichzeitig aktiv sind, dann verdoppelt sich der Zahlentraum, aus dem sie ziehen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder unterschiedliche ziehen und es einen ersten Gewinner gibt, in der kleinsten Zahl, wird größer. Wenn es immer noch zu eng ist, also zu viele Teilnehmer da um den Beitritt, um die Sendemöglichkeit, sie streiten, der Zahlentraum wieder verdoppelt und irgendwann hat man einen ausreichend großen Zahlentraum, sodass eine Übertragung realisiert werden kann. Und so baut man dann nach und nach die Liste der Sender ab. Okay. Noch mal etwas zu diesem Gem-Signal und zu den einzelnen Werten, die hier angemerkt wurden, also hier nochmal zum Exponential Backoff, also das Ziel ist wirklich die Lastsituation, also die Wartezeit der Lastsituation anzupassen. Das heißt, wenn Sie, sagen wir, nur zwei Sender haben, die miteinander kollidieren, dann reicht es oft aus, dass Sie, also im glücklichsten Fall ist es, wenn Sie eben nur eine Zeitperiode von 0 bis 1 haben, dann gewinnt vielleicht einen anderen verliert. Wenn Sie immer noch nur zwei Sender haben, dann reicht doch vielleicht so ein Zahlungsraum mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% aus. Wenn Sie jetzt aber zehn Sender gleichzeitig haben, dann reicht es eben nicht aus. Dann ist es statistisch sehr unwahrscheinlich, dass ein Zahlungsraum von 0 bis 3 eben ausreicht. Dann müssen Sie Ihren potenziellen Wartezeitraum so lange verdoppeln, bis Sie eben eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür haben, dass nur eine Nachricht, nur ein Sender durchkommt und die anderen warten. Und das ist halt ganz nett, weil wenn Sie eben nur wenige Sender gleichzeitig haben, also eine geringe Lastsituation, dann müssen Sie im Schnitt kurz warten und wenn Sie viele haben, dann passt sich die Wartezeit dementsprechend an. Und der Vorteil ist eben gegenüber einer festen Vorgabe eines Intervalls ist, dass so ein Intervall, fest vorgegebenes Intervall, also sagen wir, Sie würden dieses Intervall stets fest vorgeben, das immer einzuhalten wäre. Es ist für kleine Netze schlecht, weil es zu lange gewartet wird, für große auch schlecht, weil es nicht angepasst ist und vielleicht immer noch zu Kollisionen kommt. Also so eine adaptive Anpassung der Wartezeit ist schon da ganz Vorteil. Das sieht man auch in vielen Protokollen immer wiederkehren. So wird nämlich sehr häufig eben gelöst, wer senden darf, indem man so einen Exponential Backoff einführt. Okay, zu dem Jam-Signal, also das Ziel ist, dass die Knoten wirklich kommunizieren für die, die es verpasst haben, also für die Sender, die es verpasst haben, dass es zu einer Kollision kam, dass auch denen klargemacht wird, dass es zu einer Kollision kam. Also es wird einfach gejammt, also illegale physikalische Werte werden übermittelt, sodass deren Carrier-Sensing auch wirklich anschlägt. Okay. Und diese, naja gut, das hier ist die Übersetzung der Bitszeit, also die Wartezeit ist ja K mal Bitszeit und naja, Sie brauchen ja immer eine Übersetzung, wie lange warte ich in Zeiteinheiten, warte ich ja nicht in Bits. Okay. Noch etwas zu E-Pinit, das Ganze ist eine ganze Protokollfamilie, ja, letztlich haben Sie ja, wie ich versucht habe zu erklären, immer verschiedene Aufgaben der Sicherungsschicht. Das einmal ist die Bitsübertragungskorrektur, das Datenformat, aber auf der anderen Seite haben Sie die enge Verzahnung mit dem Physical Layer und diese enge Verzahnung mit dem Physical Layer, das schlägt sich darin nieder, dass man zwar dasselbe Medien-Access-Protokoll hat und dasselbe Rahmenformat, aber wie jetzt die einzelnen Protokollfamilien darunter aussehen, also womit es verheiratet ist, da ist da auch eine ganze Familie. Also Sie haben ja letztlich eine Netzwerkkarte, die sowohl die Sicherungsschicht implementiert, als auch die Bitsübertragung, also die Physical Layer. Und da gibt es gerade beim Physical Layer eine ganze Menge von potenziellen Übertragungswegen, also angefangen von, hier fehlen noch die ganz alten Koaxialkabel, die man früher hatte, bis zu Kupferkabel, Glasfaser und so eine Netzwerkkarte enthält dann eben die Implementierung des MAC-Protokolls und des Rahmenformats, das ist für alle gleich und dann eben diese Bitsübertragungsschicht, die Physical Layer, die ist dann angepasst an die jeweilige Technologie. Und das ist halt der Vorteil dieses Schichtenmodells, Sie haben halt pro Schicht immer Varianten zur Verfügung, wie der Dienst dieser Schicht realisiert werden kann. Okay. Wir werden hier nicht wirklich tief in die Physical Layer einsteigen, sondern nur ein bisschen mal skizzieren, was möglich ist. Also, damit Sie es mal gesehen haben, damit Sie mal ein Verständnis davon haben, ist auch eine schöne Übungsaufgabe, nur damit Sie mal sehen, wie könnten die Bitsübertragungsschicht, die Physical Layer, realisiert werden. Das Ziel, das wir ja letztlich haben, ist, wir hatten jetzt hier auf dieser Ebene, auf der Sicherungsschicht, die Adressierung im Einhop-Bereich, der Medienzugriff, wer darf man senden, wie sieht das Datenformat aus. Und dann erfolgt hier auf der Bitsübertragungsschicht die Entscheidung, okay, jetzt muss eben diese Bitfolge gesendet werden und das muss übersetzt werden in irgendeine Welle, die physikalisch übertragen werden kann. So, und jetzt schauen wir uns mal kurz an, wie kann denn so eine Übersetzung von der Bitfolge in so eine Welle eben aussehen. Wie kann man Einsen und Nullen kodieren? Da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Herangehensweisen. Okay, schauen wir uns mal ein Beispiel an, und zwar die Manchester-Codierung. Also jetzt sind wir ziemlich tief im Physical Layer. Wie kann eben die Bitfolge kodiert werden? Hier haben wir mal einen Bitstrom gegeben, die bestehen aus Nullen und Einsen und eine der simplesten Methoden ist, dass man erstmal diese Werte auf, also eine BDR-Codierung würde dann so aussehen, dass die, sagen wir mal, eine Amplitude von, ich weiß nicht, also, müssen Sie sich das gerne als Welle vorstellen. Hier haben Sie eine hohe Amplitude und hier haben Sie eine niedrige Amplitude von Null. Erstmal eine Frage, warum ist das denn vielleicht nicht so sinnvoll? eine reine binäre Codierung zu verwenden. Also, das heißt, Sie senden eine Welle und wenn die Amplitude hoch ist, dann ist es eine Eins und wenn wir bei der Null sind, also keine Welle senden, dann sind wir bei der Null. Also, wenn die Amplitude nicht da ist, wenn wir keine Welle senden, dann heißt es Null. Warum ist es nicht günstig? Ja? Da stehe ja schon eine weiterfremde Sinkronisation. Man weiß ja gar nicht, wenn ich jetzt zwei Sinkronisationen aufsetzt, sind es zwei mal einzig wie man das das abverweist. Okay, also, ein Punkt ist Sinkronisation. Also, wir können ja auch annehmen, dass es vorher irgendein bestimmtes Bitmuster gab, wie eben bei Ethernet. Da gab es ja siebenmal diese 0,1, 0,1, 0,1. Das können wir ja hier theoretisch auch vorschalten. Also, jedes Mal, wenn wir einen Bitsturm umsetzen wollen, dann schicken wir vorher irgendeinen bekannten Zeichensatz, an den sie sich orientieren können und dann wissen sie, okay, die nachfolgenden Bits bedeuten jetzt dies und das. Das gibt es auch, also auch im Mobilkommunikationsbereich. Das nennt sich dann Equalizer. Der sorgt eben dafür, dass ein bekanntes Muster kommt, wo sich 0 und 1 abwechseln. Da kann ich genau ablesen, wie lange dauert 0 und 1 und ich weiß, aha, diese Folge bedeutet, ab jetzt geht der Datenstrom los. Könnte man machen. Also, Synchronisation ist ein Punkt, aber das könnte man vielleicht noch lösen. also ein Punkt, die man oft vergisst, ist, dass wir nicht nur zwei Werte schicken wollen. Wir wollen nicht nur 0 und 1 schicken. Das ist oft der Punkt, der vergessen wird. Sondern sagen wir mal, das ist Ihr Bitsstrom und dann machen Sie eine Pause und dann geht es weiter mit Ihrem Bitsstrom. Wir haben eigentlich drei Zustände, die wir senden wollen. 1, wenn Sie so eine binäre Codierung haben und 1 stellt eine 1 dar, also sagen wir eine hohe Amplitude 1 und eine 0 stellt also keine Amplitude dar, dann ist die Frage, wie signalisieren Sie denn jetzt eine Pause? Indem Sie nichts senden, dann wird es ja heißen, dass Sie auch bei der 0 sind. 0 Amplitude, da ist nichts zu erkennen. Das heißt, das ist nicht günstig. Deshalb verwende man nicht diese einfache binäre Codierung, sondern eine Möglichkeit, alle drei Zustände, also 0, 1 und nichts zu signalisieren wäre, indem man, wie bei der Manchester-Codierung, einen Wechsel zeigt. In diesem Fall würde die 1 bedeuten, dass Sie von einer hohen Amplitude auf eine niedrige wechseln und eine 0 würde bedeuten, dass Sie von einer niedrigen Amplitude auf eine hohe wechseln. Und eine Pause würde bedeuten, dass Sie gar nicht wechseln. Also wenn Sie quasi den Wechsel beschreiben als als Signal, also als beziehungsweise als Karakteristik eines Wertes, dann ist eben von oben nach unten ist die 1, von unten nach oben ist die 0. Und dann ist eben hier zu erkennen, genau einmal von oben nach unten und dann sehen Sie, dass die Wechselrichtung immer angibt, welche Bits Sie gerade senden wollen. Also oben nach unten ist eine 1. der Vorteil hier ist auch, also warum löst es auch das Problem der Synchronisierung? Der Vorteil ist, dass Sie genau einen Wechsel immer nur pro Zeiteinheit haben. Wenn Sie gar keinen Wechsel haben, also Nulllinie, dann sind Sie tot, dann haben Sie keine Übertragung und wenn Sie einen Wechsel haben, dann können Sie schauen, in welche Richtung erfolgt der Wechsel. Wir werden nicht viel weiter in die physikalische Schicht eigentlich reingehen. Ich kann nur anmerken, also gerade im Mobilfunkbereich, da kann ich nochmal Werbung machen für die Vorlesung Mobilkommunikation, da gibt es auch ein ganzes Spektrum, wie man solche Nullen und Einsen kodieren kann. Ich möchte Ihnen das vielleicht nur mal kurz anreißen, damit Sie einen kleinen Teaser haben. Also was Sie letztlich bei so einem Signal, vor allem einer Welle gegeben haben, ist, Sie haben ja eine Amplitude, Sie können aber auch die Frequenz ändern, also dass es häufiger geschieht und Sie können auch die Phase ändern, dass Sie vielleicht nicht bei Null beginnen und eine ganze Welle durchführen, also wenn Sie hier beginnen, sondern dass Sie vielleicht bei der Hälfte beginnen oder sagen wir mal bei einer Einviertelverschiebung, also hier hätten Sie eine Phasenverschiebung von Pi halbe, ja hier wäre Pi mit, äh nee, hier wäre Pi und das ist 2P. Also Sie können entscheiden, wo Sie die Welle begeben und das sind so die Einflussmöglichkeiten, wie Sie ein Signal drauf kodieren können. Also ganz typisch, wenn Sie nach der Amplitude gehen, dann können Sie ein Signal angeben, dass Sie eben hohe Wellen, also hohe Spitzen hat im Vergleich zu einer Welle, die niedrige hat, aber bei derselben Frequenz und dann bedeutet eben die niedrige Amplitude eine Null und eine hohe Amplitude vielleicht eine Eins. Ist aber nicht ideal. Eine Alternative ist, dass Sie nach der Frequenz gehen, das heißt, eine langsamen Frequenz ist eine Null und eine hohe Frequenz ist eine Eins. Sie haben dann quasi, Sie müssen zwar doppelt so viele Wellen erzeugen, damit Sie quasi nicht kürzere Einsen als Nullen haben, aber das ist auch eine Option. Das Problem hierbei ist, dass Sie, wenn Sie zwei Wellen machen, das in Eins darstellt und dann verschwenden Sie die halbe Bandbreite letztlich. Was häufig gemacht wird, ist eine Kombination aus Phase, das heißt, dass Sie definieren, dass wenn Ihre Welle bei einer, sagen wir, das ist ein Sinus, und wenn es bei am Anfang losgeht, dann bedeutet das Null, Null. Wenn es hier losgeht, dann bedeutet es Null, Null. Wenn es hier losgeht, Null, Null. Und wenn es hier, genau, wenn es hier losgeht, dann Null, Null. Und hier sind Sie quasi wieder bei Null, Null. Das heißt, Sie können dann verschiedene Phasenverschiebungen einstellen. Und wenn Sie das Ganze mit der Amplitude, und das können Sie auch ein bisschen anders darstellen, das ist vielleicht ein bisschen zu weit führend, aber jedenfalls können Sie das so in einem anderen Raum darstellen. Das heißt, das ist hier die Verschiebung Null, Pi, Pi halbe, Pi, und das hier ist 2, Pi, 3 halbe Pi. Und dann können Sie dann quasi auf so einer Kurve das anstellen, also wie die Phasenverschiebung aussieht. Das ist hier Null, Pi, Pi halbe, 2, Pi. Und Sie können auch die Amplitude da mit hineinnehmen. Das heißt, Sie können hier nochmal Punkte positionieren, kleine oder halbe Amplitude, aber andere Phasenverschiebungen. Und Sie können das dann auch noch weiterführen und so ganz große Zustandsräume definieren. Aber jedenfalls will ich da auch nicht zu weit gehen. Das ist für die Interessierten, wenn Sie sich vor Mobility und Kommunikation interessieren. Okay. Gut. Soviel zur Bit-Codierung. Springen wir nochmal von diesem Beispiel auf die Fragestellung der Switches. Und Switches möchte ich nur mal kurz einbringen, weil Sie wirklich eine gute, also eine richtige Verbesserung durchgeführt haben, um diese Sicherungsnetze und die Netzwerke zu verwalten. Das, was Sie nämlich bewirken, ist, dass Sie uns erleichtern, die Geräte miteinander zu verbinden. Schauen wir uns erstmal das Einfachste an. Also das Einfachste ist, Sie haben ein gemeinsames Medium mit potenziellen Empfängern. Also hier Luftschnittstelle. Und wenn Sie aussenden, dann bekommt jeder dieser Empfänger die Nacht. Das Ganze ist leicht vorzustellbar im kabellosen Raum. Luftschnittstelle und so, können Sie uns alle vorstellen. Das Ganze passiert aber auch in Kabelgebundenen. Und das haben früher die Hubs realisiert. Was ein Hub macht, ist, das ist Physical Layer und alle Bits, die eingehen, also sagen wir mal, hier ist ein eingehendes Bit, werden auf alle anderen Links mit derselben Eingangsrate kopiert. Also wirklich eine Vervielfältigung. Also das ist einfach die Nachbildung der Luftschnittstelle im kabelgebundenen Bereich. Das heißt, was Sie reinsenden, das wird einfach über alles hinausgeschleudert. Über alle ausgehenden anderen Ports hinausgeschleudert. Das heißt, wenn jemand zeitgleich auch kommuniziert, dann, also hier mal in die andere Richtung, dann kommt es einfach zu der Kollision. Die ganzen Nachrichten, die gleichzeitig gesendet werden, dadurch, dass sie einfach dasselbe Signal verstärkt wird oder beziehungsweise kopiert wird auf alle Ausgangsleitungen, da werden auch die Kollisionen drauf kopiert. Das heißt, es gibt keine Intelligenz in den Hubs, es gibt keine Puffer, es gibt kein Collision, Carrier Sense, kein Collision Detection. Es wird einfach das eingehende Signal auf alle Ausgehenden kopiert. Ganz physikalisch, ganz simpel. Mit eben dem Nachteil, dass der Kollisionsraum alle Netzwerkteilnehmer umfasst. Das ist also ein Hub. Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass Sie ja Ihre Kabel haben normalerweise zwei Enden. Das heißt, Sie können nur zwei Geräte verbinden. Wenn Sie jetzt einen größeren Daten, also ein Netzwerk schaffen wollen, dann müssen Sie einen Vernetzungsknoten haben, wie eben dieses Hub, das mehrere Eingangsleitungen hat und das dafür sorgt, dass virtuell alle Knoten mit allen anderen verbunden sind. Okay, was macht unser Switch? Ein Switch ist jetzt nicht mehr auf der physikalischen Ebene wie unser Hub, sondern es ist auf der Sicherungsschicht. Das Besondere ist, es hat einen Puffer. Das ist schon mal toll. Das heißt, was es macht, es sieht genauso aus, also von der Zeichnung her, alle Geräte sind mit dem verbunden und wenn jetzt die Knoten Nachrichten senden, dann kommt es erstmal in den Puffer und von dort aus kommt es raus. So, und es kommt auch nicht überall hin raus, sondern es wird gezielt entschieden, wohin es geleitet werden soll. Also sagen wir mal, A möchte Nachrichten an C senden und es würde ein Hub dazu verwenden, dann wird die Nachricht von A an C einfach an alle rausgeschickt. Wenn wir jetzt aber einen Switch verwenden, dann ist unser Switch magischerweise so clever und weiß, aha, Nachrichten, die an C gehen sollen, sollen nur über diese Ausgangsleitung rausgehen. Und die Empfänger B und D bekommen die Nachricht gar nicht. und was auch noch passiert ist, sagen wir mal, B möchte auch an C senden, dann wird einfach der Puffer genutzt, damit nicht die Übertragung gleichzeitig geschieht. Also es gibt ein Carrier Sensing auf dieser Einhop-Kommunikation, es gibt ein Collision Detection und es gibt auch noch eine zeitliche Verzögerung durch den Puffer, dass eben jeder dieser physikalischen Links dann exklusiv eben genutzt wird und es zu keinen Kollisionen kommt. Das heißt, der Switch führt ein, dass man nicht mehr ein geteiltes Medium hat, sondern wirklich diese Einhop-Kommunikation nur den richtigen Empfänger bekommt und wenn doch gleichzeitig mehrere an diesen Empfänger senden wollen, es dennoch zu keinen Kollisionen kommt. Die Endsysteme, also A und C selbst auf der Sicherungsschicht kriegen davon nichts mit. Für die ist es nur so, A sendet den Rahmen ab, Empfänger ist C und C bekommt auf der Sicherungsschicht diese Nachricht. Die kriegen nicht mit, dass da ein Switch dazwischen ist, das geschieht einfach magisch. Und sie müssen auch nicht konfiguriert werden, weil sie sind selbstlernend. Sie entscheiden, also durch die Information, die ausgetauscht wird, merkt sich der Switch, dass in diese Richtung C liegt und in diese Richtung A liegt und dass die Nachrichten nur in diese Richtung weitergeleitet werden sollen. Das heißt, was eben realisiert wird, ist, dass wir mehrere gleichzeitige Übertragungen haben können. Unser Switch hat seinen Puffer und alle Nachrichten, die eingehen, werden gepuffert und wenn die ausgehende Leitung frei ist, dann wird draufgesetzt und das kann auch eben parallel passieren. Auf diesen einzelnen Links findet keine Kollision mehr statt und wenn wir jetzt eben Übertragung haben, von A nach D, dann wird die Nachricht hier lang geschickt und von E nach B wird die Nachricht hier lang geschickt und das kann beides gleichzeitig geschehen, also E kann gleichzeitig an den Switch senden und A sendet gleichzeitig an den Switch und der Switch leitet das dann passend weiter und die beiden Datenflüsse kollidieren nicht miteinander, weil eben der Switch ein bisschen cleverer ist und diese ganzen Datenstürme voneinander entkoppelt und nicht mehr auf jeden Link raushaut sondern nur auf den passenden Link und auch dann nochmal prüft ob Carrier Sensing anwendet um zu sehen dass dieser Link noch nicht ausgelastet ist Ok wie sieht die Switch Tabelle aus Die Switch Tabelle ist einfach also wenn wir jetzt die verschiedenen Hosts haben dann weiß der Switch durch Magie da kommen die über seinen Port 4 hat ja verschiedene Stöpsel also verschiedene Andockstation über seinen Port 4 also physikalischen Port 4 erreichbar ist und das muss der Switch irgendwie lernen und er hat eben eine Switching Tabelle da steht drin Port 1 2 3 4 5 und so weiter und unter Port 4 steht die MAC Adresse von B und wenn jetzt eben eine Nachricht eingeht schaut der Switch in die Tabelle und prüft ob er einen Eintrag für B hat und wenn ja schickt er es über diesen Port raus wenn er keinen Eintrag hat kommen wir noch dazu was er an macht das heißt woher weiß er das denn dass B hinter den Port 4 steht haben Sie eine Idee woher kann der Switch das wissen ja genau also die Nachrichten schaut sich die Nachrichten an die über das Netzwerk gesendet werden es müssen nicht unbedingt die Abnachrichten sein es reicht aus wenn der Knoten also der Switch sieht dass von dieser Richtung über Port 4 eine Nachricht mit der Absender MAC Adresse B kommt dann denkt er sich aha da sitzt also B das heißt über alle Rahmen die er empfängt kann er prüfen über welchen Link kam sie wer ist der Absender und der muss hinter dieser Schnittstelle stehen und das kriegt er ein daher ist er selbst lernend und wenn jetzt A eben eine Nachricht an D schickt dann nehmen wir mal an der Eintrag ist schon da drin dann wird direkt über Schnittstelle 2 rausgeleitet und nehmen wir mal an wir haben da achso genau also wer jetzt A eine Nachricht schickt dann lernt erst mal der Switch dass A hinter der Schnittstelle 5 liegt und wenn wir jetzt keinen Moment das muss eigentlich auch kommen genau was machen wir wenn wir keinen Input haben also wenn wir zu D keinen Eintrag haben also wenn wir nicht wissen dass D hinter Schnittstelle 2 liegt dann bleibt uns letztlich nur eins wir müssen das Netzwerk fluten über alle ausgehenden Ports versenden wir die Nachricht und D wird dann antworten und dann tragen wir es in unsere Tabelle ein das heißt wenn ein Knoten an sich selbst sendet soll es verworfen werden ansonsten schauen wir in Tabelle und wenn wir einen Eintrag haben dann schicken wir es über das Ausgangsinterface und wenn wir keinen Eintrag haben dann fluten wir ok gut und in dieses Beispiel steigen wir dann morgen ein weil es ein wichtiges Thema die Switches und dann schauen wir uns mal morgen an was man damit alles machen kann dann danke ich für die Aufmerksamkeit und ich möchte mal die Werbung machen kommen Sie bitte zu Übung ich kann da nur